Herzlich Willkommen auf unserem Ulmia-Kanal. In diesem Video möchte ich euch die Aluline vorstellen, die Vorteile und Funktionen näher bringen, sowie einen Überblick über das Sortiment verschaffen. Nachdem 2018 der Handel mit Pally Sonder reguliert wurde, startete die Suche nach einem neuen Material. Diese endete bei einem Grundkörper aus eloxiertem Aluminium und Nussbaumeinlagen. Der Winkel wurde nicht nur neu designt, sondern auch grundlegend verbessert. Ein häufiges Problem beim Winkel ist ein Sturz oder ein Schlag an die Schiene und ein somit nicht mehr exakter Winkel. Die Lösung für dieses Problem haben wir gefunden. Alle Aluline-Winkel, sowie das Gärmaß, sind dank zweier Präzisionsschrauben wieder in den richtigen Winkel zu bringen. Die Aluline-Winkel gibt es in fünf verschiedenen Größen. 150 mm, 250 mm, 350 mm, 600 mm, sowie 750 mm. Alle Winkel haben auf der Innenseite der Schiene eine Skala in Millimetern. Die 700 mm, sowie 600 mm Winkel haben ebenfalls eine Auflagelippe zum entspannteren Arbeiten. Das Gärmaß mit einer Länge von 350 mm ist ebenfalls justierbar im 45 Grad, sowie im 135 Grad Winkel. Es gibt die klassische Schmiege, Modell 504, mit einer Schienenlänge von 330 mm. Hinzu kommt das neue Modell 505. Dieses verfügt über eine gelaserte Winkelskala mit Nonius, zum genauen Ablesen der Winkel. Dieses Modell ermöglicht es also nicht nur die Winkel zu übertragen, sondern auch diese abzulesen. Zum Anreißen gibt es das Streichmaß mit zwei Anreißstäben, sowie Anreißnadeln. Die eloxierte Aluminiumoberfläche ist hierfür besonders gut geeignet, da diese sehr widerstandsfähig und gleitfreudig ist. Dazu kommt ein Multifunktionsworkzeug von Ulmia, der Streichmaßzirkel. Dieser besitzt gleich drei verschiedene Funktionen. Er kann zum Gehrungenanzeichen benutzt werden, zum Anreißen, außerdem besitzt er eine Zirkelfunktion, die das Anzeichnen von Radien bis zu 320 mm ermöglicht. Die Ulmia Winkeleinstelllehre ist ein Präzisionsmessworkzeug zum Einstellen der sechs häufigsten Polygonwinkel. 45 Grad für Quadrate, 54 Grad für Fünfecke, 60 Grad für Sechsecke, 67,5 Grad für Achtecke, 75 Grad für Zwölfecke und 90 Grad. Das Polygon ist aus hochfestem, leisebeschriftetem Federstahl und einem Magnetknopf aus Aluminium. Ein Werkzeug, das viele Eigenschaften vereint, ist der Ulmia Multifunktionswinkel. Dieser Winkel vereint gleich fünf verschiedene Werkzeuge. Ein Präzisionswinkel, eine Präzisionsschmiege, das Streichmaß, Winkelmesser und Präzisionsgärmaß mit festen Winkeln in 15 Grad Schritten. Ganz neu in der Aluline-Familie ist unsere Black Edition. In diesem Set erhalten Sie in einem extra dafür gefertigten, hochwertigen Alu-Koffer mit Ulmia Hochprägung die Winkel von 150 mm, 250, 350 mm, ein Geomaß, eine Präzisionsschmiege mit Nonius Winkelskala sowie ein Lineal- und einen Ulmia Druckminenbleistift. Die Werkzeuge sind speziell für das Set gefertigt und designt. Die Nussbaum-Einlage mit Hohlkehle wurde durch ausgewählte Räuchereiche aus der Region ersetzt und das traditionelle Ulmia-Logo finden Sie in Schwarz- und Aluminienfarben. Diese Teile aus diesem Set gibt es wie alle unsere Werkzeuge nur bei unseren Fachhandelspartnern. Ich hoffe, ich konnte Euch einen guten Einblick in die Aluline-Serie geben. Im Anschluss zeigen wir noch ein Video zum Justieren eines verstellten Winkels. Für Informationen zu unseren aktuellen Produkten oder Neuheiten abonniert einfach unseren Kanal und schaltet die Benachrichtigungen an. Ich hoffe, ich habe etwa einen Teil? Geiz preiz an den Klappen-Runde Trends boateragen. Ist mehrere Wichtig¬n und zweimal und schaltet die incl arabische Lust haben? Be Meredith? Ich habe diese Klappen gef 프� apprendre. Ich schreibe die Funk christenzen, dare ich mich über für Deixaekirtschaft. Kommst du mal von? Ich möchte dieseici ä Pf maneانaus. Ich hoffe, wenn ich Scheiße drinste oder Klappen übersicherung starte die Auf hablar, weil du Polit느 schluss bet��ont in digo? Vielen Dank. Vielen Dank.